ne mein mikro ist nicht kaputt ohne worte leute wir haben ein spiel gewonnen ein bundesliga spiel tatsache und dieser tut auch ziemlich weh wenn man nach dem spiel im bild den online lesen muss kein scherz schalke hat ein spiel gewonnen aber ich gehe jetzt ja auch noch mal hin ich gucke noch mal extra nach hier auf dem kalender dann haben wir heute den elften nicht den 1 april wir haben tatsächlich ein spiel gewonnen aber man muss ganz ehrlich sagen und ich hätte nicht geglaubt dass man das diese saison noch mal sagen kann es ist auch verdient gewonnen worden meiner meinung nach zumindest wenn man mal die erste halbzeit sieht die meiner meinung nach die beste halbzeit war die wir in dieser saison von schalke gesehen haben da war teilweise sogar richtiger spielwitz zu sehen schöne angriffe ein nach dem anderen ich weiß es war jetzt hier keine weltklasse aber wir sind ja auf einem niveau wo wir ja für jeden halbwegs vernünftigen spielzeug dankbar sind und da waren einige recht gute spielzüge dabei gut das 1 0 in der dritten oder was die vierte minute weiß ich nicht ist natürlich glücklich gewesen dass der torwart da den wollten wir übrigens auch mal holen wenn ich mich richtig erinnere hier so ein mega bock gemacht hat und serda das ausgenutzt hat so das ding reingeschoben hat aber scheiß was drauf wir hätten danach auch noch das 2 0 machen können als die super angriff gemacht haben und wo auch dann harit nochmal zurückgelegt hat auf serda und der eigentlich wahnsinnig viel zeit hatte einen bombenschuss abzulegen und dann irgendwie drei meter neben das tor gehauen hat okay kann ich alles gelingen in so einem spiel aber ich finde sie haben es verdient gewonnen obwohl ich eigentlich fast schon überzeugt war dass irgendwie in der nachspielzeit irgendwie so ein dickes ding noch so ein 1 1 fällt aber ist diesmal nicht ich meine das wird uns nicht viel bringen jeder normal denkende oder rechnende mensch ich meine rechnungsmäßig ist natürlich noch was drin aber ich sehe gerade köln führt auch 2 1 gegen im 1 da muss man mal abwarten wie das alles ausgeht aber man muss ja ehrlich gesagt sagen wir müssten ja alle spiele gewinnen und überhaupt noch eine halbwegs realistische chance auf den 15 auf den 16 platz zu haben und bei aller lieber ist natürlich völlig unmöglich aber man genießt ja so ein tag wo schalke mal 1 0 gewinnt und ich muss ganz ehrlich sagen man hat auch heute meiner meinung nach sage ich jetzt zum dritten mal meiner meinung nach zum ersten mal den eindruck hat dass die wirklich alles gegeben haben vom 1 bis 11 ich weiß die haben andere nummern aber die gesamte mannschaft alles gegeben hat super gepresst haben auch wirklich mit absoluter power rangegangen sind und dabei auch fair geblieben sind auch noch dabei und ich muss sagen das ist ja fast mit und ist vielleicht übertrieben aber für mich war einer der einzigen also der richtig guten oder der allerbesten war echt der hunteler der vorne wirklich jeden langen ball auch mal annehmen konnte denn ich jeden nicht jeder wahl wie vorher ist abgeplatscht und ihr wo in den motten gegangen er konnte die bälle ein bisschen halten hat natürlich sehr mannschaftlich gespielt dadurch dass er da als strafraum stürmer natürlich sehr wenig auf den kopf und so gekriegt hat aber im großen und ganzen war für mich mit das beste spiel nach hoffenheim was ich diese saison von schalke gesehen habe und schade dass wir nur noch sechs spieler 66 spiele vor uns haben denn sonst könnte man auf dieser leistung wirklich aufbauen und man muss natürlich auch mal hier ein bisschen tribut sollen an den guten grammatis ich finde so langsam zeit sich eine handschrift bei ihm er ist auch sich nicht auch zu schade war so ein kolasinatsch draußen lassen ball hat die jungen leute rein hier wie idin und sowieso die anderen leute jungen leute die sowieso immer spielt auch box postuladen wird langsam zu einem stammpersonal und dabei schafft dabei und becker da sind ja nun wirklich junge leute auf die wir dann auch in den zweitligasaison die zu 99,9 prozent in der zweiten liga dann auch stattfinden wird auch gut gut aufbauen lassen und auch hoffnung machen lassen aber man hat heute gesehen das hat nämlich alles verloren ist wahrscheinlich das wirklich potenzial da ist dass man diese saison eigentlich normalerweise ganz locker hätte im mittelfeld beenden können wenn man nur halbwegs das potenzial das man hat aufgerufen hätte um so trauriger ist es dass wir hier so als abgeschlagener letzter jetzt noch nicht mal so richtig in den abschließt kampf eingreifen können jetzt haben wir zwei auswärts spiele da muss man jetzt nach freiburg auch immer ein schwieriges pflaster gewesen für schalke und dann nach bielefeld ist natürlich zwei spiele die jetzt wirklich nicht über alles entscheiden aber die möglicherweise diese ganz ganz kleine schlitz der hoffnung noch offen lässt der tür aber natürlich das müsste statt würde ja schon einem unfassbaren fußball wunder gleich kommen umso trauriger wäre es wenn man jetzt ein paar spiele gewinnen und am ende vielleicht nur knapp scheitern mit drei punkte ein zwei siegen aber ich jetzt auch völliger quatsch ich hier laber man darf sich jetzt auch nicht natürlich hier keine augen wischerei betreiben augsburg war heute jetzt auch nicht besonders gut aber schalke hat sich den sieg verdient in der zweiten halbzeit ist man dann natürlich bei einigen ungeschickten abwehraktionen gerade bei den wellen die so vorm strafraum dann wieder direkt an gegner gegangen sind dann doch schon wieder in gefahr gelaufen die alten verhaltensmuster zu verfallen aber es hat geklappt am ende und somit haben wir jetzt zumindest schon mal 13 punkte auf dem konto dass wir vielleicht dann wenigstens nicht als aller schlechteste ich glaube freiburg ist mal mit 18 punkten seit einführung der drei punkte regierung abgestiegen dass wir wenigstens diesen rekord nicht auch noch holen also wir haben eigentlich noch gar keinen rekord geholt aber dass wir den rekord nicht holen und jetzt diese spiele nutzen die jetzt kommen um wirklich nicht den kompletten mut für die nächste saison der zwei liga zu verlieren das ist nämlich auch ein aspekt den ich ziemlich wichtig finde dass man jetzt nicht mit einem negativ erleben ist nach dem anderen in die sommerpause geht und dass man da dann vernünftig aufbaut so langsam zeigt sich auch struktur wenn knebel wirklich sagt wir behalten grammotzis dann ist es für grammotzis auch wichtig dass er jetzt hier nicht abgeschlachtet jeder sieg jeder punkt jedes tor zählt dass er sich sein standing da festigt im verein und wir werden mal schauen wie das alles weitergeht und dann mal abwarten auf jeden fall war es heute mal wieder ein schönes erlebnis ein schalke sieg zu bejubeln auch wenn es mit den leeren stadion natürlich ziemlich öde ist aber wem erzähle ich das das wisst ihr auch alle auf jeden fall brauchen wir uns heute nicht aufregen über unseren klub die haben es ganz gut gemacht ich würde nur vielleicht noch mal wieder ein kritikpunkt anbringen wir mir besonders aufgefallen ist das ist diese dickköpfigkeit und diese wirklich sturheit von harit der wirklich alles alleine machen will da war in der zweiten halbzeit mal eine wirklich gute kontersituation wo er relativ schnell auf den halle auf hundela war es glaube ich hätte spielen können dann wäre es eine brandgefährliche situation gewesen aber dann hat er sich wieder verheddert mit seinem links und dann drehung das finde ich wenn man den das mal austreiben könnte aber der typ ist ja eh geschichte die werden alle nicht bleiben nach dem abstieg umso mehr bildet sich bei mir jetzt langsam die meinung dass hundela vielleicht doch ein ganz 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 wichtiger faktor in der zweiten liga werden könnte allein sein kampfkraft und seinen einsatz wille und seine absolute mannschaftsdienigkeit die er meiner meinung nach hat die würde uns in der zweiten liga ganz gut tun und auch gut zu gesicht stehen und ich hoffe dass da vielleicht was geht dass er da so eine saison dranhängen kann er wird sicherlich nicht jedes spiel machen können in seinem alter und wird vielleicht auch das ein oder andere mal verletzt sein aber heute hat man gesehen wie wichtig so ein mann noch sein kann der so eine erfahrung hat auch in dem alter und der das haben ja auch andere spieler schon bewiesen wie pizarro und so weiter und so fort da gab es noch einige andere deren namen mir jetzt nicht einfallen wollen also leute ich fand es war ein schönes erlebnis heute mal wieder und man ist ja schon sehr dankbar dass man sowas mal wieder erleben darf ich hoffe ihr habt genauso genossen wie ich ich hoffe nur dass es nicht der einzige sieg bleibt noch in den letzten spielen dass wir da vielleicht noch ein bisschen mut und kraft mit in die sommerpause und dann in die zweitliga saison nehmen die es ja dann wahrscheinlich werden wird viel mehr gibt es ja heute auch nicht zu sagen ich könnte jetzt noch und vielleicht ein paar spieler hier kritisieren beziehungsweise besonders herausheben mir hat es komischerweise heute auch mal und chip gefallen obwohl das darf man ja kaum noch sagen aber er hat sicherlich kein schlechtes spiel gemacht nach in die offensive ist natürlich immer noch eine ziemliche null nummer aber was das hat auch wirklich auch heute noch das spiel gezeigt so gut wie es war das ist doch viel flügelpower fehlt wo mal vernünftige flanken reinkommen aber ja jetzt brauchen wir davon auch nicht mehr anfangen ich danke aber euch fürs zuschauen wenn ihr wollt dann ab lasst mal ein abo da ein like und kommentar würde mich auf jeden fall freuen schauen bis demnächst